Wenn man rauf oder muss man rauf? Wenn man rauf oder muss man rauf? Ja, das ist ja ein bisschen. Entschuldigung, ich hab's verbreitet und das ist echt geil. Wir können schon auch rauf fahren und rauf. Aber du sagst, den dort der See, die war als Idee, also weil die Stühle heute machen ist, kannst du mal überall in den Bars an, du musst warten. Ja. Da kannst du eigentlich ganz schnell rauf, komm dann hier rauf, und dann hast du die Regeln im Park. Ja, 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 das ist schon gut. Ja, ja, ja. Jetzt geht nicht mehr mal im Überfall, du kannst nur rauf fahren. Nein, nein. Ja, du hast immer etwas gesehen, du hast so mega viel Popper gemacht, du lernst, Leute. In Frankreich kannst du es vergessen, gell? Ja, du kannst es vergessen. Ja, du kannst es vergessen. Ja, du kannst es vergessen. Also, für einen Moment kannst du nicht fahren, du musst die ganze Zeit über die Pläne fahren. Er ist auf der Piste. All zehn Meter, all zehn Meter. Ja, aber, okay, wenn man es auch noch muss, was willst du machen? Das sind die Beemen, die du gefallen hast. Und die Franzose Seite, alles mir gefallen. Ja, du kannst gar nicht... Ja, aber die Franzose Seite, das ist mir egal. Nein, das Problem ist bei unserer Seite, bei unserem Weg. Ja. Das ist das Problem. Da muss man entweder, da muss man die Weh rundherum legen oder man muss nach der Motosee gehen. Oh, ich meine... Also, du brauchst richtig einen langen Motosee. Ja, nicht Motosee. Ich fühle es auch, das fühle mich. Geht viel, geht viel. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, bist du ein Rutsch? Hast du das gesehen? Hahaha. Was für die Leute da schaut. Hast du gesehen, wie du gerutschst? Bei uns. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.